Ich bin sehr froh, ich bin ein Ranker und ich bin ein starker Spieler, und ich bin ein starker Spieler für den USC. Als ich gehört habe, dass ich gegen Kawajiri kämpfe, hat es mich gefreut, weil das ist ein bekannter Kämpfer und ich kenne ihn auch schon lange und ich denke, das wird ein guter Kampf. Ich denke, meine größten Vorteile liegen natürlich im Stand. Ich bin besser auf dem Bein, ich bin einfach schneller als er und habe besseres Striken. Ich kann auch mit der Schmerzen, auch mit dem Pressing, aber auch mit der Spinnungsbackkick. Seine Erfahrung macht ihn sehr gefährlich. Er hat sehr viele Erfahrungen, er hat sehr viele Kämpfe, er hat alles gesehen, er hat alle möglichen Leute gekämpft. Und er hat natürlich einen gefährlichen Stil, er hat einen guten Ground und Pound, er hat gute Submissions. Ich habe schon davor in der Vergangenheit zweimal in Deutschland gekämpft. Natürlich hatte ich hier bessere Karten als der Gegner, weil ich hier zu Hause bin. Zu Hause hat man sowieso immer die besseren Karten. Und das habe ich dieses Mal auch. Wenn man aus dem Weg zum Oktagon die Unterstützung von den Zuschauern und den Fans mitbekommt, dann motiviert das einen natürlich umso mehr im Kampf. Und dann versucht man natürlich noch besseren Kampf zu machen und alles zu zeigen, was man kann. Ich denke, es ist gut, ich glaube, es ist gut, ich möchte mich über die Entscheidung. Ich fühle mich jetzt nicht so. Ich fühle mich 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 nicht so. Ich werde heute Nacht den Kavadji einfach in der zweiten Runde ausnocken. Das ist mein größtes Ziel. Du hast sich je auf die Hände ohne Zeit. Da ist die Hände! Da ist alles übergebracht! Ich glaube, ich bin immer mehr Zeit für immer von sich auf der Intelligenz und der Bedeutung von Tatsuyukawa-Jerry. Ich glaube, ich bin immer wieder bei Hände von Tatsuya-Kawajiri. Ich bin da Tatsuya-Kawajiri. Ich bin da Tatsuyukawa-Jerry vom Kawa-Jerry. Untertitelung des ZDF, 2020